Aufwärmphase! Aufnahme läuft? Ja. Das kann mich nicht bewegen. Das ist die Aufwärmphase. Das kann mich nicht bewegen. Hä? Das war die Aufwärmphase. Ah. Ich probier grad mich zu bewegen und drück mit auf falschen Tasten. Willst du eine Begrüßung machen? Ja, ich will eine Begrüßung machen. Hallo und willkommen zu einem kleinen, bei Kobi heißt das Trash, bei mir heißt, weiß noch nicht wie. Wir spielen hier jetzt geradezu Zweit, Counter-Strike und Metzlos gegenseitig ab. Mit dabei sind auch ganz viele andere Bots. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wir wollten doch eigentlich eine andere Map machen, dachte ich. Ja, dann können wir nachher nehmen von mir aus. Ne, das machen wir dir. Wir können auch noch eine andere Map nehmen. Dann benutze ich das, was wir jetzt gerade aufnehmen, als Schnittmaterial. Ne, ich nehme das jetzt auf. Also es kommt jetzt gar nicht drum rum. Stürmer! Alter, ich habe gerade einen Rush. Ich fick euch alle zur Tode! Oh! Jedenfalls ja, wir spielen hier Counter-Strike zu zweit, gehen ganz viele gute Bots, die verdammt schwer sind. Aber ich meine, wir zwei sind natürlich auch... Ja! Ja! Beide absolute Noobs! Wir haben ja gerade erst angefangen zu spielen. Oh! Ah! Ich knöre Leute um! Ich merke schon, meine Aufnahme wird mal wieder episch! Ah, stirb! Weil ich gerade um die Ecke gelaufen bin, in voller Panik. Einfach mal kurz drei Bots mit einem Schuss erleben. Also jeden Ort mit einem anderen Waffe, versteht sich. Vomal will ich drauf los. Wo bist du denn? Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit rum und bis jetzt haben wir aber noch nicht getroffen, glaube ich. Doch, ein oder zwei Mal. Oh, no, no! Das war's jetzt gerade nicht du. Nö, das war's nicht du. Du wär's nicht so schwer gewesen. Kompliment zu Recht und sagt, wo sind sie denn? Mit Bots beschäftigt? Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Bis unten? Mann! Ich hab dich grad gesehen. Da! Ja! Ich hab's überhaupt nicht so, dass ich da kaum massenweise Gegner hatte. Nein, nein. Nein, die kommen von da drauf. Verdammt, ich hab' ein Schafschützengewehr. Hilfe! Ich hab' jetzt grad' nur ein Fahndkreuz und überhaupt kein Durchblick, wo ich war. Oh, oh, äh, halt! Ah! Ah! Eh! Hattest du angeteckt? Nein! Ah, du hast'n schön drückten Fall, äh, mich so schön weggeflochen. Äh, ja, das war umwerfend. Ah, komm! Ah! Ah! Mann! Na, ich hab' schon wieder ne Wotze. Ne Klok! Ich bin bei der Klok. Die Klok! nicht so stets so klug werden auf dennoch haben wasicher steht doch dann weiß ich wie viele oma fahren meine 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 der mann da auch noch hinterher parka das war ich durch das hässlicher fisch du bist du mach doch einmal die ganzen hässlichen fische weg die ganzen noch lundern hilfe ich erkläre ich aber im gleichen Moment werde ich abgeknallt wofür bist du die er tot erhaut du bist das von mir ich habe ein von mir abgeknallt zu das von mir doch das war ich so jetzt gewinnt es schon wieder er er ist wichtig in der Verlaufs okay Okay, war ein kleines Dingsbums und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis denn und tschö. Bis dann.